Weit angereist, wir empfangen Estobar NRW. Da kommt ja unser Siegerhengst. Im Jahrgang 2006 hier in dieser Halle als strahlender Siegerhengst gefeiert. Ein Sohn des Ehrentusch aus der Florence von Ferragamo, Florestan, Dong-Juan. Rittigkeit der Superlative, eine Sensationsprüfung der Dressurindex mit 154,74 Punkten. Das ist natürlich überflüssig noch zu erwähnen, dass er in Adleitzdorf diese Prüfung selbst nach Altersabzug gewonnen hat. Herausragende Produkte, wenn Sie auf der letzten Fohlenauktion waren, war hier ein Weltfohlen im Ring. Seine Fürst Piccolo Mutter sicherlich zu den besten Fohlen gehörte, die wir hier je versteigern durften. Gucken Sie einmal auf die Leinwand, dort ist dieses Fohlen noch einmal. Wenn Sie noch einmal gucken, Estostar, morgens bei der Präsentation. Aus Glas und Gold und Stein, jede Straße, die hinausführt, es wird auch wieder rein. Ich brauche eine Stadt für dich und für mich. Keiner weiß mehr, wie er aussieht oder wie er hat. Vollbruder zu Eichendorf, der bereits 8-jährig Grand Prix gewonnen hat unter Viktoria Max Theurer, seinerzeit der Spitzenpferd hier auf der Auktion. Dieser Stamm, der Addi, Spreen Segelhorst. Die Frühlingsräume, Amaretto, das Grand Prix, fährt unter Isabel Wert. Der Aachener Nationenpreisiger, Mannschaftsdritte, Minister unter Norbert Kof von Frühling und so weiter und so weiter und so weiter. Einer der besten Stämme hier im Hochzuchtgebiet Westfalen. Sie, meine lieben Züchter, wissen, wie wertvoll diese Blutströme sind, wenn Sie hier ins Pedigree schauen. Das ist das Beste vom Besten hier aus dem Zuchtgebiet. Und wir werden hellwach sein müssen, um dieses Ehrentischblut auch in dieser Verbindung, in den Stämmen zu verankern. Immer wieder haben wir Grand Prix Pferde, Spitzenpferde, harte Pferde, auch das ist wichtig. Gesunde Pferde, die die Ausbildung aushalten. Und wenn Sie sehen, wie dieses Pferd nun schon in der Lage ist, unter den Schwerpunkt zu fußen, zu galoppieren, dann kann man alles sehen, dass das das Beste vom Besten ist für die weitere Dressortausbildung. Er ist in diesem Jahr im Landgestützelle stationiert, wird über Frischern vertrieben. Wolfhard, bitte. Dankeschön. Er hat uns sehr gut gefallen, unser Siegerengst. In diesem Jahr in Niedersachsen zu Hause. Es so war. N.R. Und dann lassen wir ihn hinaustanzen, unseren Sieger. Ein Stern, der deine Namen trägt, alle Zeiten überlebt und über unsere Liebe wacht. Segen spring hat sich nicht mit, sieg B zu Endeaveet und überraschend sind, beat das erste編,